Everything's gonna be alright My world fun, jet I'm so over you, oh 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 I'm so much stronger, don't see me, meet her Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal, kennt incredible mit Same here So dann gucken wir uns zwei Teilsänger an Und zwar haben wir Pepe, Crit und Matcha So Matcha haben wir schon Reactions gedreht gehabt Aber zu Pepe, Crit noch nicht Und hat heute ein neues Lied rausgebracht, so wie Matcha Und ja, die checken wir jetzt mal ab Mal gucken wie die sind Bin sehr gespannt Matcha hat schon lange nichts mehr rausgebracht gehabt Bin auch gespannt Und So, fangen wir auch mit Pepe, Crit an It's okay not to be alright Let's go Uh, wir haben Untertitel Nice Ein langsamer Song Ja, fängt langsam an Ich glaub der wird vielleicht schneller Schönes Setting, oh Cool Ich hatte irgendwie am Anfang so Big Bang Vibes Mhm Schönes Tümer Hat das da noch jemand Schönes Tümer Cute Das ist ja so Dark-Konzept-Badboy. Cool. Ganz Schmuck und so. Damit hab ich auch nicht gerechnet, so Boy Love-mäßig. Oh, diese Outfit. Also die Style sind richtig interessant, so anders. Schwarz. Hier ist ein Schwarz-Weiß. Das sieht echt geil aus, ne? Nein. Das sieht echt geil aus, ne? Nein. Oh, die Farbe sticht so raus. Sticht nice. Oh. Ja, das stand ja so oder so. So, im Hintergrund kann man auch noch so eine Frauenstimme hören. Oh. 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 Das war einfach. Oder? Hat er mehr solcher Lieder oder geht es auch manchmal in eine andere Richtung. Schreibt's mal gerne in den Kommentaren, falls ihr Meldnifus über Pepe Crit hat. Geben wir auf jeden Fall ein Like und, ähm, ah, es ist produziert von Ben Luz, interesting. Dead of your 4E Feeder gemacht und, ja. Ähm, dann gehen wir rüber zum nächsten Thai-Sänger, also Sängerin, Maksha mit So Over You. Bin gespannt. Gibt's bei einer Ballade? Ja, stimmt. Hey, fängt auch ein bisschen ruhig an, Leute. Auch wieder hier Englisch, unser Titel. Cooler Brille. Cooler Brille. Oh, wow. Gerauscht. Cooler Brille. Cooler Brille. Cooler Brille. Cooler Brille. Cooler Brille. Guck mal, das sieht so aus. Echt? Die Frisur. Vielleicht wegen der Frisur. Irgendwie sieht die ganz anders aus. Ja. Wie ein ganz anderer Mensch. Aber steht hier. in der Frisur. Das sieht auch nice aus. Mit der Frisur auch. Oh, klasse Stimme. Und das gibt mir so ein bisschen old-school-Vibes irgendwie. Schon vorbei? Oh mein Gott, bin ich schon. Ja. Uh, brennt es? Ja. Tja, sie brauchte ich nicht mehr. Also, das Auto. Nice. Ja, kurzweiliges Lied. Gut. Reicht kurz, aber ey. Nice. Klasse Style, sieht ja richtig toll aus. Und ja, gib mir auch ein Like. So Leute, schreibt gerne in den Kommentaren, welches der beiden Video euch am meisten gefallen hat. Das Lied von Pipi Crit oder von Matcha. Und falls ihr weitere Vorschläge habt, so Thai-Pop, dann schreibt sie gerne in die Kommentare runter. Falls ihr euch nicht unsere anderen Thai-Pop-Reactions angeschaut habt, kommt mal vorbei auf dem Kanal. Wir haben einige gemacht. Und ja, falls euch die Reaction gefallen hat, ist ein Like da. Und dann vergisst nicht zu abonnieren für mehr Type-Pop-Content. Und dann sag ich euch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye. Bye備work Frankfurt. Bye. Bye suode Mann,